Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und Herzen Willkommen zu der weiteren Folge von Tymesia. Wir sind hoffentlich jetzt im letzten Teil vom Sea of Trees. Ähm, ja, wieder ein Bossfight. Gestern haben wir ja den God of the Fools besiegt, weil es nicht allzu schwer. Aber heute geht's gegen Odor ran und er ist jetzt ein Mutant. Beziehungsweise ist der mutierte Odor. Äh, von daher bin ich ja mal gespannt, was da so auf mich zukommt. Ich habe aber mit dem normalen Odor schon, äh, sehr lange zu kämpfen gehabt. Ähm, dann bin ich gespannt, wie es jetzt mit Odor funktioniert. Ich, ich lass mal die helle Bade. Warte mal, geht's hier durch? Ja, wieder am gleichen Norddü... Ja, aber hier... Uiuiui. Das sah damals noch nicht so aus, oder? Ja, gucke mal, wer da ist. Nein, was macht er jetzt? Oh boy, bitte habt nicht zwei Phasen. Oh, er hat nur eine. Okay. Okay. Ja, sehr gut. Okay. Schon mal nicht schlecht. Aber... Oh boy. Shit. Ähm, ich muss mich... Ja, ich muss mich heilen. Und zwar dringend. Okay, ich habe wieder die kurze Kombo dabei, das ist gut. Was kommt jetzt? Okay. Mach mal den hier. Ja, sehr gut. Aua. Mach mal Damage. Nochmal, damit sie da die Wunde nicht erholt. Ja, spring hoch. Sehr gut. Und nochmal. Oh boy. Nein, da bin ich schon zum ersten Mal tot. War aber nicht mal so ein verdammt schlechter Versuch. Fürs allererste Mal, ne? War nicht mal so ein verdammt schlechter Versuch. We go again. We go again. Bis er liegt. Zum zweiten Mal. Aua, okay. Ja, wir haben die Scheiße. Komm. Ja, gut. Hier, das einsammeln. Huh, boy. Alter Schwede. Sag mal. Geht's noch? Heilen. Danke. Und zuschlagen. Ah, die blöden Tentakel, ey. Ja, okay. Komm, geh ein bisschen näher. Wo auch nicht. Auch gut. Jetzt kannst du zuschlagen. Komm. Ja, war nicht schlecht. Ja, 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 sehr gut. Das macht gut Damage. Ja, okay. Das war nicht gut. Geh mich zu. Das war auch nicht gut. Ja, schön super deflected. Aua. Ich glaube, die helle Bade als Fähigkeit ist nicht gut hier. Ich glaube, die bringt mir nichts. Kann das sein? Ich glaube, ich weiß gar nicht, was die am besten wäre. Keine Ahnung. Oh, sehr gut. Ja, komm. Ja, ich muss mich schon wieder heilen. Ach, du Scheiß. Nein, da hat er mir nicht. Du blödes Arschloch, du. Aber der Damage geht ja genau. Da bin ich nicht mehr anvisiert. Warum nicht? So, jetzt zählt's. Okay. Komm mal, zuschlagen. Ich hab keine Tränke mehr. Das ist nicht geil. Gut abgelehnt. Okay. Ich warte mal, bis er wieder ein bisschen näher kommt. Ach, shit. Er darf sich nicht erholen. Sehr gut. Oh, ja, ja, spring hoch. Ja, 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 ja. Nein. Oh, das war so ein guter Versuch. Und es war erst der zweite Versuch, ne? That was not bad. Ich glaube aber... Kann es sein, dass es nützlicher ist, wenn ich hier zum Beispiel den Bogen mitnehmen würde. Könnte ich mir vorstellen. Oder halt zurück zum Miasma. Oder das hier halt. Restore 200 Health. Ähm... Ich glaube, ich nehme fast den Bogen mit dieses Mal. Weil hier ist man oft auf Entfernung. Und... So kann ich zumindest mit einer weiteren Methode verhindern, dass, ähm... Sich seine Wunden erholen. Perfekt. Lass ich erstmal das einsammeln. Danke. Okay. Aua. Summer. Okay. Ich... Ja, komm. Ich... Ich... Lass mich töten. Komm, töte mich schnell. Dann kann ich das Zeug wenigstens in dem Eingang einsammeln. Schnell, komm. Come on. Danke. Das war... Das war gewollt. Ne? Einfach... Nicht falsch verstehen. Das wollte ich so. So, oderle. Dann kann ich das gerade einsammeln gehen. Auch wenn es nur 2.800 sind. Es ist halt trotzdem... Um die 40, äh... Kleine Mops. Ja, hochgas. Sehr gut. Ja, Mann. Hoppala. 2-Boy. Komm schon. Was macht er jetzt? Sehr gut. Heilen. Sehr schön. Aua. Komm schon. Danke. Bisschen Damage. Jetzt kommt da der Wirbel, ja. Immer schön alles tieflecken. Und dann den hier. Ja. Sehr schön. Immer noch ein bisschen Damage machen. Nein, 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 nein. Du nicht gut. Okay. Zeit für den Trank. Okay. Den hier. Schön deflected. Das ist ein guter Wartel. Wieder eine Feder. Oh, shit. Mach mal den. Wunderbar. Come on. Oh, nein. Nein, hat mich wiederwischt. Ach, scheiße. Odor, du bist doof. Ja, lass mich... Gib mir Zeit zum Heilen, bitte. Ja, komm. Die Flecken noch. Ah. Nein, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ach, nett mich. Come on. Trank. Ich hab gesagt, trank. Komm schon. Bin ich nicht in der Range? Komisch. Aua. Zwei Tränke noch. Es müsste aber platten, oder? Oh, shit. Ja, so nicht. So sicher nicht. Sehr schön. Okay. Oh, guck mal. Er hat automatisch den Trank genommen. Sehr gut. Ja, jetzt... Alter. Ich weiche irgendwie nichts mehr aus. Hallo. Corvus, kannst du wieder ausweichen? Komm schon. Na los. Mach den Sprungangriff. Okay. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Ja, 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 ja. Ha, ha. Mutated Odor. Sehr schön. Mutated Tentacles. Mutated Tentacles. Eww. Das ging schneller... ...als erwartet. Ah. Ich bin gut, ha? Perfekt. Na dann. Na dann. Ähm. Reden wir mal mit der Kollegin hier. Beacon Menü. Hab ich... Ja, wahrscheinlich hab ich das Level Up noch nicht, ne? Na, ganz knapp nicht. Okay. Plague Weapon. Hab ich jetzt hier freigeschaltet. Mutated Tentacles. Fehlen noch zwei Sachen. Zwei Minibosse, ha? Kriegen wir alles hin. Ähm. Wie sieht's beim Potion aus? Hab ich null? Hab ich jetzt grad nix bekommen? Okay. Krass. Hätte jetzt nicht gedacht. Aber okay. Sind wir jetzt fertig im Sea of Trees? Sind wir fertig. Yeah. Guck mal. Dann gehen wir als nächstes in den Royal Garden. Find the key to the underground laboratory. Das machen wir allerdings morgen. Ich denke... Also ich mein, so ein Bossfight abzuschießen ist der perfekte Cut wie heute, ne? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.